Hey Leute, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr, dass heute am Sonntag eigentlich ein Versus Video kommen sollte, in dem 2 verschiedene Charaktere oder Raumschiffe gegeneinander antreten. Jedoch will ich gerne im Juni mal Sonntags etwas anderes machen. Ich würde gerne jeden Sonntag im Juni ein Community Was Wäre Wenn machen und dafür habe ich euch in meinem letzten Versus Video nach Vorschlägen gefragt. Besonders gut gefallen hat mir da der Vorschlag von Luke Skywalker, der ein Was Wäre Wenn dazu möchte, was passiert wäre, wenn Obi-Wan sich Anakin angeschlossen hätte. Und ich weiß, dass es bereits von Toshiro Solo ein solches Was Wäre Wenn gibt, was ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen und werde mir das erst nach Ende dieses Was Wäre Wens ansehen, um davon nicht beeinflusst zu werden. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was mit einem Community Was Wäre Wenn gemeint ist. Ich habe mir das ganze so vorgestellt, dass ich euch heute einen Anfang von diesem Was Wäre Wenn vorstelle, dann aber das Ende offen lasse und ihr dann entscheiden könnt, wie es dann nächste Woche in der zweiten Folge dieses Community Was Wäre Wenns weitergeht. Dafür müsst ihr dann am Ende des Videos fleißig unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie es weitergehen würde. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, die sich auf Mustafar gegenüberstehen. Der ehemalige Schüler Obi-Wans, Anakin Skywalker hatte sich vom Sith Lord Darth Sidious auf die dunkle Seite der Macht ziehen lassen und ist danach mit seinen Klonen Truppen in den Jedi Tempel auf Coruscant marschiert, um dort alle verbliebenen Jedi abzuschlachten. Nun befindet sich Anakin Skywalker, jetzt unter dem Namen Darth Vader bekannt, auf Mustafar, wo er die Führungsspitze der Separatisten ermordete, um den Klonkriegen ein Ende zu bereiten. Obi-Wan Kenobi und Meister Yoda, einige der letzten überlebenden Jedi schmiedeten einen Plan, um Darth Vader und Darth Sidious aufzuhalten. Yoda würde sich Darth Sidious stellen und Obi-Wan seinem alten Schüler auf Mustafar. Und dort stand nun Obi-Wan gegenüber Anakin, den er versuchte wieder zurück auf die helle Seite der Macht zu ziehen. Doch es half alles nichts. Anakin wollte auf dem Weg der dunklen Seite bleiben und potentiell sogar Padme und Obi-Wan selbst mit auf seine Seite ziehen. Da es weder Obi-Wan noch Anakin gelang, den jeweils anderen zu überzeugen, brach ein langes Duell zwischen ihnen aus. Es zog sich durch verschiedene Gebäude, Felder und Schluchten auf Mustafar. Doch je länger das Duell andauerte, desto wütender wurde Obi-Wan. Auf sich selbst, dass er als Lehrer Anakins versagt hatte. Auf die Jedi, dass sie den großen Sith Lord, der hinter den Klonkriegen steckte, nicht rechtzeitig erkannt hatten. Auf seinen Meister Qui-Gon Jinn, der ihn mit der Aufgabe zurückließ, einen viel zu alten Anakin auszubilden und auf die Republik, dass sie zu schwach war, um sich gegen Darth Sidious zu wehr zu setzen. Und je wütender er wurde, desto mehr Sinn ergaben Anakins Worte. Was wäre, wenn Anakin recht hätte und die Jedi wirklich die Bösen waren? Waren es nicht die Jedi Schuld, dass sie Anakin trotz seines hohen Alters noch in den Jedi Orden aufnahmen und er deshalb jetzt von Darth Sidious rekrutiert werden konnte? Was wäre, wenn Obi-Wan mit Anakin zusammen die Galaxis regieren und ihr endlich Frieden und ein wenig Ruhe bringen könnte? Diese Gedanken brachten Obi-Wan so aus dem Konzept, dass er die nächsten Angriffe Vaders kaum bemerkte. Vader schlug immer wieder und wieder auf Obi-Wans Lichtschwert ein, bis dieser die Kontrolle verlor und ihm das Lichtschwert aus der Hand geschlagen wurde. Gerade als Vader zum finalen Schlag gegen seinen alten Meister ausholen wollte, sagte dieser resigniert, warte, du hast recht, die Jedi sind böse. Erlaube es mir, mich dir anzuschließen und zusammen können wir der gesamten Galaxis Frieden bringen. Vader hielt inne und überlegte kurz. Doch dann entschied er sich dazu sein Lichtschwert zu senken und das Angebot seines alten Meisters anzunehmen. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie es weitergeht. Was werden Obi-Wan und Anakin jetzt tun? Was ist mit der bewusstlosen schwangeren Padme, die da noch auf der Landeplattform liegt und wie werden Palpatine und Yoda auf Obi-Wans Wechsel zur dunklen Seite reagieren? Genau das könnt ihr jetzt entscheiden. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr denkt, wie der zweite Teil weitergehen könnte. Die Idee von euch, die die meisten Likes bekommt und gleichzeitig auch noch halbwegs plausibel ist, werde ich für das Was Wäre Wenn in der nächsten Woche nehmen und daraus dann die zweite Folge unseres Community Was Wäre Wenns machen. Wenn ihr also gute Ideen habt, wie die Geschichte weitergehen könnte, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten liked am besten den Kommentar, der euch am besten gefällt. Und damit hoffe ich, hat euch dieser erste Teil unseres Community Was Wäre Wenns gefallen und wenn es das hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte, da verlinke ich euch eine Playlist mit allen meinen Versus Videos und ein Video darüber, warum die Jedi aufhörten Rüstungen zu tragen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.